Mr. Gettys! Mr. Gettys! Mr. Gettys! Mr. Gettys! Mr. Gettys! Für die Daily Mail, Mr. Gettys! Wir haben Berichte über eine handschriftliche Nachricht Ihres Enkels gehört, in der 17 Millionen Dollar gefordert werden. 17 Millionen? Das ist ungeheuer viel Geld für so einen jungen Burschen. Was werden Sie tun, um die Sicherheit Ihres Enkels zu gewährleisten? Nichts. Was soll das bedeuten, Sir? Ich habe 14 Enkelkinder. Wenn ich die geforderte Summe bezahle, habe ich bald 14 entführte Enkelkinder. Sie sind bekannt dafür, ein knallharter Verhandlungspartner zu sein. Ja, aber wenige Dinge sind es wert, den vollen Preis zu bezahlen. Stinden Sie nicht? Wenn Sie keine 17 Millionen zahlen wollen, wie viel würden Sie bezahlen? Gar nichts. Miss Gettys, sind Sie noch dran? Miss Gettys? Ja, ich bin noch dran. Soll ich Mr. Gettys etwas ausrichten? Sagen Sie ihm, ich komme.